Dieser Ford Transit System ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Einparkhilfe, Tempomat, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Kögler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.